So, äh, das nicht. Ich brauche so ein Postgedönsteil. Ich habe einen Brief. Da. Ich habe ihn vor 28 Tagen gekriegt. Okay, und ein bisschen Geld. Okay. Ähm. Gott, welche Quest noch mal denn jetzt? Besiege Saft Darnell. Besiege die republikanischen Gefangenen. Besiege die Ganelon-Exchange-Mutglieder. Zerstöre die Originallieferungen. Für eine bessere Bestie. Besiege die... Blablatzüchter. Sagler Matriarchwaffen. Töte bla bla. Irgendwo wird mich der Weg schon hinführen. Ich muss dort hin. Das war falsch. Das war falsch. Oh. 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 Äh, irgendeine Taste muss das gewesen sein. Auf jeden Fall muss ich da runter. Äh, öh, öh! Äh, öh! Äh, öh! So, das haben wir jetzt, wo muss ich hin? Da hoch Und ich bin schon wieder tot Ey Darko, ich krieg die in mein Leben einfach mit hinten Ich hab dir gesagt, wenn du bei der Handwerker wärst, du wärst noch schneller tot wahrscheinlich Weil du nicht umgehen kannst mit dem Ich kann ja auch mit deinem erstmal nicht umgehen, aber ganz ehrlich Oh, ich hab mein... warte mal Sehr schön, Eyck Eyck springt in einen Luftschacht, wo kein Boden ist Warum? Weil ich den Druiden auf eine andere Ebene geschubst habe Wow Ich überlege gerade, wie... Oh, ich muss erstmal wieder in die Tastenkombination reinkommen Okay, M war die große Map B war das Und hier kann ich die wieder rumschicken, genau Vielen Dank für das Vertrauen Und du gehst mir das da holen Eine Aufgabe nur für Sie Oh, danke Also der Anfang der Folge Dieser Folge ist echt geil Eyck springt uns nicht Das ist mir schon besser Ja Oh Oh mouth Acht von Fufzehn Furtische Sicherheitsdruck Geil! so 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 das sind die drei sachen die ich brauche die drüben teile kommt mir bekannt vor Das war's für heute. Das war's für heute. Wie ist es aufgestiegen? Okay. Ich hätte nur gleich was ausprobieren können. Das war's für heute. 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 Ach so, ich muss hier noch was runterladen. Wie, was musst du runterladen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, dass es die Mission ist. Kämpferdroiden, Waffentürm Ach ne, das ist was ganz anderes Oh ja, ok Ja, mein Spicer Miner ist ein Treenik, Alma Das ist schon besser. mit ihm. Was haben wir denn? Humanoid-Schädel. Okay. Knochiges Horn. Nix davon ist gut. So, der nächste Code. Ach, der ist hier dahinter, sag mir das doch. So, der nächste Code. Ach, so, der letzte Code. Hecke, das Dingsbums-Terminal. Wie verarscht, wo ist das jetzt schon wieder? Oh, der Heldbereich ist da hinten. Ach, du Heimatland. Das ist das, was ich nicht mehr. Das ist das, was ich nicht mehr. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, die können wieder Sachen und Geld holen. Wort gemacht. Perfektion ist mein Ziel. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Hey, was war das denn? Schon? Wie, was war das? Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen und der ist sofort explodiert. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ja, gut. Tausendmal irgendwelche Angriffe ändern, meinen Gefährten umstellen und so weiter. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Ich bin aber auch erledigt und die habe ich sogar hier hinten dann. Ich bin auf meinen Gleiter gestiegen. Damit sich kein Gleiter gestiegen ist. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017